Hallo, herzlich willkommen hier bei uns im Schwarzwald. Ich bin Ina vom Label LDP Homemade. LDP, das steht für Liebe deinen Planeten, eben aus dem Grund, weil wir alles versuchen, hundertprozentig nachhaltig, wenn es uns irgend möglich ist, umzusetzen. Wir sind hier in Gansbach, direkt vor unserem Atelier. Ich nehme euch mal mit. Hier fertigen wir aus den wunderbaren, gut zertifizierten Biostoffen alle Accessoires für euch an. Das heißt Mützen, Schals und Stirnbänder. Diese entwerfen wir alle nach Minimum Waste Prinzip und nähen sie dann aus diesen wunderbaren Stoffen hier im Atelier direkt für euch. Das sind meine Wenigkeit als Gründerin des Labels und auch ich sitze hier an der Maschine und nähe für euch. Werde aber unterstützt mittlerweile von meinen Mädels, das sind Noriko, Jackie und Heidi. Für die Hello Handmade Veranstaltung online haben wir ein paar ganz tolle Sachen ausgesucht, die wir gerne mit nach Hamburg gebracht hätten. Wir hätten uns so gewünscht, sie euch persönlich zeigen zu können, aber, da das nicht geht, fülle ich euch jetzt hier mal ein paar Styles vor und zeige euch, wie man sie tragen kann. Hier haben wir einmal den Bardo Head Scarf. Den haben wir in zwei verschiedenen Farben. Einmal in einem schönen Jeansblau, Denimblue und dann in diesem wunderbaren Fuchsrot. Diesen Head Scarf kann man ganz normal als Schall tragen. Allerdings sieht er auch ganz toll aus, wenn man ihn eben als Stirnmann trägt. Eine Variante ist, wenn ihr einfach hinten beginnt im Nacken, die Endung gleich lang nach vorne rüber zieht, zweifach eindreht und dann wieder nach hinten führt. So bekommt ihr vorne einen wunderschönen, eingedrehten Knoten, dazu offene Haare. Fählen natürlich auch toll aus oder ihr könnt es auch einfach oben auf die Haare draufsetzen. So richtig angefangen hat damals eigentlich alles mit so einer Jersey-Mütze. Die bekommt ihr bei uns in so einer wunderschönen Pappschachtel aus Recyclingpappe und eignet sich dadurch natürlich auch ganz wunderbar zum Verschenken. Wir haben die Mützen in drei verschiedenen Größen, sodass auch wirklich für jeden die perfekt sitzende Mütze dabei ist. Wir empfehlen für Herren Größe L, für Damen Größe M oder Größe S, wenn sie einen wirklich kleineren Kopfumfang haben. Die sitzt schön loose fit und locker. Ich kann sie sogar noch am Rand aufschlagen, wenn ich möchte. So habe ich einfach einen anderen Mützenstyle. Außerdem haben wir diesen XL Kuschelschall dabei. Der ist XL, weil er einfach wirklich riesig ist. Zwei Meter in der Länge und in der Regel 45 Zentimeter breit. Die Schalls können in der Breite ein bisschen variieren. Wir arbeiten ja nach dem Minimum Waste Prinzip. Das bedeutet, bei diesem Schall, als Zero Waste Produkt, fällt kein Verschnitt an. Man friert absolut nicht mehr. Der Schall besteht aus 100% Bio-Barmwolle. Es ist ein Vlies, der super kuschelig ist, aber tatsächlich kein Polyester drin hat. Das heißt für euch, wenn ihr ihn umwickelt oder auch mal als Kapuze tragen möchtet, die Haare laden sich nicht auf, sind nicht elektrisiert. Unser Jersey-Stirnband ist extra breit geschnitten. Dadurch kann man es gerafft tragen. Am besten macht ihr dazu gleich ein paar Falten hinein, bevor ihr es anzieht. Setzt es dann gleich mit den Falten an der Stirn an und könnt es dann herunterziehen. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei der Veranstaltung, beim Stöbern im Online-Shop und sage ein fettes Danke an die Mädels vom Hello Handmade Team. Don't be afraid, don't let the darkness trap you It's getting late, but fear can't catch you If only you trust that the light's gonna win For everything that you lost, something new will come in Oberst du liebkst Aufwär instruments Wolltf